Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herdöpfel gehören bei uns immer noch zu den wichtigsten und beliebtesten Grundnahrungsmitteln. Jede Schweizer isst pro Jahr fast 50 Kilo und es gibt über 150 verschiedene Herdöpfelrezepte. Aber nicht jede Herdöpfelsorte eignet sich gleich gut für jede Zubereitung. Die Sirtema zum Beispiel bleibt schön fest beim Kochen, wie auch Nicola, und ist darum besonders günstig für geschwellte Salate oder Salzherdöpfel. Die Ostara lässt sich gut frittieren und die Rotschalig Urgenta ist ein bevorzugter Röstiherdöpfel. Das ist eine ganz bekannte Sorte, nämlich die Binti, die man gut lagern kann und die sich für alles eignet. Ebenfalls für alle Zubereitungsarten ist die Palma, die im Herbst auf den Markt kommt. Mindestens zwei bis drei Sorten sind bei GOP je nach Jahreszeit immer erhältlich. Und aus diesem vielfältigen Angebot gibt es dann eben die verschiedenen feinen, lustigen Gerichte. Herdöpfel sind nicht nur etwas Gutes, sondern sie sind auch sehr wertvoll für unsere Ernährung. In einer ausgewogenen Zusammensetzung sind Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine und besonders wertvolle Eiweisse drin enthalten. Und zum Schluss noch etwas über die Lagerung. Die Meisterkeller sind ja heute zu warm und zu trocken und darum wären auch nicht mehr so viele Herdöpfel drin gelagert. Die modernen Lagerhäuser sind hier besser geeignet und sie haben ja die Gelegenheit, bei diesen praktischen Tragtaschen die Herdöpfel in einer erstgefassigen Qualität das ganze Jahr hindurch heiztragen. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man aus einer gewöhnlichen Formenbrot ein köstliches Partybrot machen kann. Zuerst die beiden Enden abschneiden und das Brot aushöhlen. Zwei Drittel vom Brot verzupft in eine Schüssel geben, mit warmer Sülze übergießen und dann mit einer Gabel verdrücken. Für die Füllung ein Stück Gräser und eine Gurke würfeln. Ein hart Ei und Peterli hacken und dann alles zusammen mit Hüttenkäse, Mayonnaise und Gewürz gut vermischen. Die Mischung satt ins Brot füllen, die beiden Deckel wieder andrücken und in Folie gewickelt ein paar Stunden an die Kühle stellen. Selbstverständlich können Sie die Partybrot auch anders füllen, zum Beispiel mit Wurst oder Zungen. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Und ich kann Ihnen sagen, so ein Partybrot als Aperitif ist der beste Auftakt für ein gelungenes Festchen. Viel Vergnügen! Und jetzt kommen wir zu den Coop-Sonderangebote. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt das Satrap Dampfbügelise Vaporkontroll mit zwei Jahren Garantie für nur 75 Franken. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop. Alle Reissorten im 1 Kilo und 900 Gramm Paket sind jetzt 40 Franken günstiger. Alle Vollrahm und Halbrahm sind jetzt je Liter 1 Franken günstiger. Zwei Dosen Katzenarie Kitekat mit Rind oder mit Wild statt 2,80 für nur 32. Ein Paket Katzenarie Matzinger Katzediné statt 3,65 nur 3 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Liter Coca-Cola oder Coca-Cola Light statt 1,25 nur 90 Kappen. Eine Schachtel an 10 Stück Schweizer Eier Klasse A statt 3,75 jetzt nur 3,20. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020